Ich habe mir das neue iPhone gekauft. Das ist so cool. Krass. Also ich habe immer noch dasselbe Handy, was ich mir vor drei Jahren gebraucht habe. Das funktioniert immer noch super. Verdammter Gegenverdiener. Ich habe mir einen neuen Tesla gekauft. Stabil. Also ich war immer noch mit dem selben Auto, was ich mir zum 18. geholt habe. Das ist vielleicht nicht das neuste Modell, aber das bringt mich immer noch zuverlässig von A nach B. Wow. Das wäre mir ja echt peinlich, mit so einem Auto gesehen zu werden. Ich habe mir endlich mein Traumhaus gekauft. Und glaub mir, mein Anwesen ist so riesig, damit könnten sogar Riesen angeben. Läuft bei dir. Also ich wollte immer noch meine Einzimmerwohnung. Das reicht mir vom Platz vollkommen aus. Und wo genau schlafen da eine Diener? Wir reisen für sechs Monate nach Südamerika. Willst du mitkommen? Was? Das ist doch schon immer mein Traum gewesen. Aber ich muss natürlich arbeiten. Was ist mit deiner Arbeit? Wie funktioniert sowas? Naja, das ist eigentlich recht simpel. Also wie du weißt, habe ich immer recht bescheiden gelebt und das übrige Geld einfach investiert. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu tun, was ich will, wann ich will. Daaaah! Daaaah!